Hallo ihr Lieben, mein Name ist Katharina Bauer, ich bin Stapurspringerin und springe seit zwei Jahren mit einem subkultaren Defibrillator und ich bin Hauptbotschafterin für den Bundesverband für Herzkranke Kinder. Ja und gerade in dieser Corona-Zeit, was für uns alle überhaupt keine leichte Zeit ist, ist es für mich natürlich auch sehr, sehr schwierig. Unter anderem war ich in einem Trainingslager in Südafrika und es lief alles super und dann kam die Corona-Zeit und wir mussten alle nach Hause fliegen und ja, seitdem steht das Leben so ein bisschen still. Ich darf jetzt so langsam wieder an die Anlage gehen, ansonsten habe ich fünf Wochen bei meiner Familie zu Hause verbracht, Alternativtraining gemacht, Yoga, viel Stabi, alles was eben so ging. Und ja, ich glaube für euch ist diese Zeit auch sehr extrem und definitiv auch eine Umstellung. Ich weiß nicht, inwiefern ihr gerne Sport treibt, aber ja, das, was ich alles so mitgekriegt habe, ist, dass es für euch unter anderem auch nie so leicht ist, selbst im Schulsport irgendwie sehr gut integriert zu werden, was mir unendlich leidtut. Einfach aus dem Aspekt, dass man eher auf der Reservebank sitzt und nicht ins Team gewählt wird oder von seinen, ja, mit Kollegen oder Freunden einfach nie mal so ganz frei zum Fußballspielen eingeladen wird. Und ich glaube, das kann sehr, sehr mental belastend sein, sehr auf die Psyche gehen. Ich hatte zum Glück nie diese Erfahrung machen müssen, da meine Herzerkrankung in der Kindheit und Jugend nie so extrem war, wie sie jetzt in der Erwachsenenalte einfach ist. Ja, aus diesem Grund bin ich wirklich sehr dankbar, bei dem Bundesverband Hauptbotschafterin zu sein, um euch einfach ein bisschen Mut und Motivation schenken zu können aus meiner Lebenserfahrung bis jetzt heraus. Ich finde es einfach ganz toll, wie sich der Bundesverband engagiert, unter anderem mit ambulanten Kinderherz-Sportgruppen oder Sommerferien oder die Segelwochen oder Reiterferien. Und ich hatte auch das Glück, dass ich einmal bei der Reiterwoche dabei war und habe da einige, vielleicht schaut ihr auch geradezu, von euch kennengelernt. Und es hat mich, ja, einerseits sehr, sehr gefreut, auf der anderen Seite auch, ja, sehr emotional getroffen, einfach auch diese persönlichen Geschichten von jedem von euch gehört zu haben, auch wie schwer das Leben irgendwie sein kann, vor allem in diesen jungen Jahren. Und ja, ich hoffe einfach, dass wir da in einem guten Austausch sind. Und wenn ihr irgendwann mal Fragen so an mich habt, dann könnt ihr sie jederzeit sehr, sehr gerne stellen. Ich fand es einfach total klasse, auch als einige, ja, von den Kindern, von euch vielleicht, bei mir in der Sportanlage waren und mit mir mal ein bisschen Schlapphochschuhe gemacht habt und, ja, das Gefühl einfach so kennengelernt habt. Da bleibt mir eine Story so im Gedächtnis. Da war ein Junge, der kam im Rollstuhl in die Anlage und war auch sogar noch verkabelt. Die Mutter war dabei. Und dieser Junge hat mich am meisten fasziniert, weil er irgendwann, als die anderen Kinder auf dem Kasten standen und mit dem Stab runtergesprungen sind, zu seiner Mutter gesagt hat, Mama, ich kann das auch. Und sie hatte erst gezweifelt und hatte Angst, ob er sich übernimmt, was ich total verstehe. Und er hat sich dann diese Kabel weggenommen, ist aus dem Rollstuhl gegangen, hat sich nach oben auf den Kasten gestellt und hat einen Sprung gemacht und hat gesagt, so, schau mal, ich schaffe das. Und das hat mich so berührt. Das war einfach, einfach wundervoll. Und ich in meinem Leben habe auch sehr, sehr viele Rückschläge erleiden müssen in meiner Sportkarriere bisher. Sei es mit einem schweren Handbruch und damit das Olympia-Aus für mich. Ich hatte meinen großen Traum erst mal verfehlt. Dann kam die Herzoperation, dann kam das Einsetzen von dem Defibrillator. Und das, was mich dann irgendwie aus diesen ganzen Situationen jetzt über die ganzen Jahre hinweg gelehrt hat, dass es sich immer lohnt, weiterzumachen, aufzustehen und den Glauben niemals an sich selbst zu verlieren. Denn selbst mir haben die Ärzte schon ganz oft gesagt, du darfst keinen Leistungssport mehr machen, deine Karriere ist vorbei, mit der Herzerkrankung wird es doch sowieso nichts. Und mit dem Defibrillator gibt es eigentlich auch keinen Spitzensportler auf der Welt. Und wisst ihr, was ich mir dann gedacht habe und auch den Ärzten gesagt habe, gut, das hat noch keiner gemacht. Das heißt, es hat noch nie jemand ausprobiert. Aber ich für mich weiß, dass ich das unbedingt machen möchte und mir auch schuldig bin, das herauszubekommen. Und egal, ob es jetzt funktioniert hätte oder nicht, egal, wo mein Leben jetzt stehen würde, wenn ich es nicht gemacht hätte, könnte ich mir zumindest niemals vorwerfen, ich hätte es nicht probiert und hätte meine Träume weggeschmissen. Und ja, deswegen kann ich euch nur dazu ermutigen, egal, welchen Traum ihr habt, egal, was ihr in eurem Leben erreichen wollt, lasst euch trotz allem von vielen anderen Leuten, auch wenn sie sich nur Sorgen machen oder Ängste haben, niemals eure eigene Stimme wegnehmen. Denn ihr habt die Intuition, ihr habt ein Körpergefühl, ihr wisst, was euer Herz zum Leuchten bringt. Und wenn ihr irgendwas habt, was die Leidenschaft entfacht und wo ihr merkt, da brennt einfach ein Feuer an mir. Und auch wenn alle Leute sagen, ich kann es nicht schaffen, könnt ihr es trotzdem probieren. Und am Ende werdet ihr vielleicht belohnt. Und mir erging es so. Hätte ich direkt aufgegeben, würde ich niemals hier sitzen, wie ich hier sitze. Wäre niemals bei einer Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft gewesen. Oder könnte nicht meinen großen Traum jetzt gerade für nächstes Jahr Olympia erreichen. Und man hat ja niemals was zu verlieren. Aber ich glaube, wenn man es einfach nicht ausprobiert, dann steckt man irgendwann fest und wirft sich dann selber vor, man hat es nicht getan. Also ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Mut und Motivation geben, vor allem in dieser schwierigen Corona-Zeit. Ich hoffe, ihr seid gesund und hört immer auf euer Herz.